Hier gibt es also nichts Neues, das heißt, ich werde demnächst auch nach Bougerba gehen. Einfach nur, um dort die Side- Ach, Mann! Einfach nur, um dort die Side-Quests eben halt alle zu holen. Äh, zu machen. Hier, die, 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 die ganzen, ne? Ihr wisst schon. Aber gehen wir erstmal in Kneipp und saufen erstmal ein bisschen. Einmal Maze, bitte! Nein? Scheiße! So, was haben wir denn hier? Vyron Lord, Cheryl in Havanoste, bla bla bla. Nehmen wir doch erstmal alles. Oh, ist sogar im Waffenladen. Ah, bla 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 bla. Enkelados. Ein Sluxityp. In Jahara ist das. Ja, da können wir erstmal noch nicht hin. Giza-Ebene in den Ranks. Das können wir dann auch gleich machen. Die Giza-Ebene habe ich auch schon ein bisschen durchforstet. Jetzt in der Regenzeit. Jetzt haben wir auch die Regenzeit aktiviert. Das ist das Schöne. Da können wir natürlich dann auch ein bisschen Schwachsinn bauen. Können wir neue Magien kaufen? Ich glaube, das andere war... War Techniken. Da gehe ich auch nochmal rein. Jukri. Du bist... Du bist... Du bist schlecht. Einmal nur schlecht. Du hast keine Magie für mich. So. Dicke, dicke, dicke. So, ich habe das Blutschwert. Das Blutschwert bleibt, glaube ich, auch erstmal. Schade ist natürlich, dass es nicht dieses Absorptionsgedöns hat. Traveller. Einfach mal. Einfach mal sinnfrei kaufen hier. Verkaufen tue ich sowieso alles erstmal im Waffenshop. Biss dich. Gott, ich habe zu viel Zelda gespielt. Das merke ich schon richtig. Ich habe jetzt schon Lust, das irgendwie ein bisschen ins Lächerliche zu ziehen und alles. Das geht ja mal gar nicht. So, mein Guter. Was hast du uns anzubieten? Ich weiß nicht, warum ich das nicht habe, aber es ist auf jeden Fall egal. Rödeneschild, aha. So, ausrüstern. Ho, optimize. Dann sieht man auch, dass ich einen Seitengradbogen habe. Äh, ja. Ich habe tatsächlich auch schon einen Seitengradbogen erhalten. Werde ich aber in nächster Zeit noch nicht ver-wenden. Die können auch wieder mal ein bisschen was kloppen. Ja, ich freue mich da auch schon auf so ein paar andere Sachen. Ich wünsche, Ahara können wir nämlich auch, äh, was anderes noch aktivieren. Ich könnte den Lohn kriegen, kaufen, aha. Aber sonst nichts, äh, wirklich Wertvolles. Verkaufen wir mal wieder was? Nein, das verkauf ich nicht. Das verkauf ich auch nicht. Die Partisane verkaufen wir. Die Vega verklatschen wir. Das Antetikgeschwert verklatschen wir. Den Killerbogen verklatschen wir. Den Lohn kriegen bleiben wir. Nahaha, wer so blöd ist! Der verklatscht den Seitengrad. Paraminer. Ich weiß nicht, warum der nur Null kostet. Ich meine, guckt euch mal die Werte an. 224! Das können wir verklatschen. Äh, das können wir verklatschen. Verklatschen. Die brauchen wir sowieso nicht mehr. Also von daher können wir das ganze Getreus mal hier verklatschen. Das Eishild verkauf ich noch nicht. Da verkauf ich sowieso nichts von. Downthorpe. Ja. Das kann ich verklatschen. Die Männstein. Blablabla. Das kann ich auch verklatschen. Das kann ich verklatschen. Ich verklatschen alles mal, was ich so mehrfach hab. Ich meine, das Elektrum brauchen wir für irgendwas noch. Diakana brauchen wir eigentlich auch nicht. Die Akana brauchen wir eigentlich auch nicht. Light Spear. Das ist bestimmt irgendwas. Ja, Berlin. Was soll ich mit der Scheidenklässerei. Außer es zu verklatschen. Warte mal eben. Hier war doch dieser andere komische Vogel da. Hey, Cheryl. Ah, ja, bla bla bla. Bla 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 bla. Bla 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 bla. Ja, ich will annehmen. Bla 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 bla. Bla bla bla. Die labern hier einfach nicht wirklich was sinnvolles. Das Einzige, was ich jetzt daraus gelesen habe, ist von meinem La 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 la. Ist eigentlich nur, dass der Vivalenort in der Nam-Dien-so-Sandsee ist. Das heißt, wir dürfen uns dort erstmal Tod suchen. Äh, ja, was machen wir dann? Wir suchen uns erstmal Tod. Danach suchen wir uns Tod. Danach suchen wir uns erstmal dumm und dosselig. Und wo laufe ich jetzt eigentlich hier lang? Weiß das mal jemand? Ja, ich weiß, wo ich lang laufe. Nämlich dorthin, wo ich nicht hin will. Nämlich bin ich vollkommen verkehrt. Entschuldige dich, dass, äh, aber es ist wirklich, äh... Wie lange ist jetzt die letzte Aufnahme her? Ich weiß es nicht mehr. Es ist auf jeden Fall auch schon eine Weile her. Und es ist dunkel draußen. Ich bin doch nicht hier in Dunkeldeutschland. Wer schreibt mich denn jetzt schon wieder so sinnfrei an? Ja, ja, das gute alte... Willst du vielleicht haben? Problem ist, habe ich schon. Hoah. So... In die Urk hier? Ne. Rennen wir mal raus, die zweite. Haben wir dazu Lust? Nö. Machen wir ein Speedformat. So... Ich weiß gar nicht, wo da war, wenn Lord überhaupt das... Klatschen hier, die blöden Fischermüssen. Äh... Ich glaube, ich sollte vielleicht Penelo die Healing Rod... ablegen lassen und die Serpent Roads... sowie die Gambits neu einstellen. Und was hier dann? Ich könnte jetzt auch einfach so sinnfrei mit... Dings rumlaufen hier neben dem Seitenradbogen. Nur, äh... Das mache ich jetzt bewusst... Äh... Entschuldigung. Das war jetzt nicht beabsichtigt. Ähm... Nein, es ist, äh... Absichtlich nicht so gewollt, weil... Das macht das Spiel einfach nur noch lächerlich. Ich meine, es ist ja jetzt schon lächerlich, weil ich... äh... Hier nicht wirklich was mache noch. Aber solange ich hier so ein bisschen... im Speedformat rumrenne... Hm... Geht das denn noch? Ach... Ach stimmt, die Ogier... Den... Ne, die Namjense war nicht so groß. So war das. Ich weiß aber nicht mehr, wo genau dieser... Weibarmlord überhaupt... Jetzt... Spawned. BZW... Wie er nochmal genau aussah. Auf jeden Fall habe ich mit dieser Truppe hier... auch die besseren Chancen überhaupt gegen den... Äh... Gegen diesen... Dicken. So, jetzt einfach mal... Bestimmt jetzt überhaupt nicht ab. Oh, hier ist Schätze. Hier sind Schätze. Hier kriege ich sogar einen Lone Green. Ich glaube, ich werde beschmiert. So, und was war jetzt das andere, was ich bekommen habe? Ohhhh... Doppelte Erfahrungspunkte... Hu 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 hu... Das ist gut... Das ist... Das gut... Das gut... So, da geht's, glaube ich, zurück. Äh, machen wir mal jetzt so einen Schatz durchkrallen, Heilpoten. Ja, guckt mal an, was ich da gefunden habe. Das ist Survival-Lord. Und ich krieg gerade gut aufs Maul. Greifen wir den jetzt auch nochmal random an. Oh Mann, macht er mal ein bisschen hin. So kann ich irgendwas für ihn tun.